Was ist mit dem Seegras-Festessen morgen? Wir haben immer noch etwas Seegras übrig in der Küche. Das wird bestimmt reichen für das Fest. Puh, das sind gute Nachrichten, aber nur um sicher zu gehen, dass damit nichts geschieht. Bewache ich es, Captain. Diese schuftigen Seegras-Sträuche werden nicht an mir vorbeikommen. Oh Mann, das war echt mega lecker. Ja, es hat wirklich köstlich geraschigt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Freunde. Aber ich bekomme schon wieder Hunger, wenn ich nur darüber nachdenke. Wer hat Lust auf einen Nachschlag? Oh ja! Asche!